hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded oder will ich hier meine schaufel reparieren nicht verbessern reparieren das geht nur hier reparieren nein so geht das mit rechtsklick reparieren und was braucht der reparaturkleber ok scheinbar braucht alles was wir gucken schnell drauf er ist auf level 6 alles ab level 6 irgendwie braucht dann reparaturkleber was das nicht gehen reparieren brauche ich auch reparaturkleber also so wird es schon mal klar für was das gebraucht wird nicht nur für rüstungen sondern für die sachen auch rüstung eigentlich ja hier auf mir müsste die kaputte jetzt sind man sieht und die verbesserungen sind weg kann ich nichts dagegen machen und ja gibt sonst noch irgendwas zum reparieren alles andere sieht glaube ich gut aus kann ich dich reparieren das wäre echt der braucht das nicht aber egal wird repariert ja gut perfekt dann die mama auf spinnenjagd denn haben wir hier noch eine rote ameisenkeule das könnten wir ja schon mal machen dann den chip beim berg abgeben rote ameisenkeule wo ist sie hin aber axt das ist doch okay hier sieht es jetzt aus bei den aufgaben wolf spinnen drei stück ja dann auf geht's ich hoffe die sind nicht schon wieder stiften gegangen und unterwegs irgendwo wo ich sie nicht finde okidoki dazu man weiß es nie noch da ist es ja noch da so dann gibt's rinnen in die höhle der wolfsspinn die schwitter hat es ja nicht aus die wollte ich eigentlich nicht bekämpfen alles klar habe es verstanden wolfsspinn das ist nicht gut das ist gar nicht gut man ich wollte auch nur eine normale wolfsspinn umbringen immer wieder klar die jetzt darum turnt lebt die hier dadurch geht's dadurch die schläft hier gut so aber sieht nicht besonders rosig aus bei mir ja da machen wir die wolfsspinn andermal das war jetzt nicht so prickelnd warum muss die darum turnen gegen die anderen spinnen hätte ich ja womöglich sogar gewonnen geben wir mal den chip ab hatte ich nicht letztens zwei chips gehabt muss ich jetzt mal gucken okay so ich habe ein chip gefunden hat der beim letzten mal dann beide chips abgegeben oder das ganze menü hier ist jetzt auch in englisch das war auch mal in deutsch naja also wolfsspinn läuft marienkäfer und jetzt nicht das problem sein und stachel sprossling gut dann guck mal hierin haben wir da was neues gekriegt ja advanced smithing pupper plates warum steht das hier nicht auf deutsch die brauche ich dann um noch mehr die rüstung ne aufzupöppeln das können wir ja auch irgendwann mal ausprobieren das hier hier 1400 für ein schilder set oh man oh man kommt den schwaden ausstoß hat den hatten wir noch nicht denn kaufen wir auch noch ein scabby scanner und dann haben wir alle scanner und das hier spar ich mal auf ok gut dann war das das ich regenerieren regenerieren auch ein bisschen und dann können wir dann beim nächsten mal gleich mal da lief doch ein marienkäfer um kriegen wir denn noch die schnelle wohl ich binne hat ihn kaputt gemacht ne ja stimmt die infizierte wolfsspinne hat ja den marienkäfer kaputt gemacht wo bist du wak 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 wo sei denn egal immer noch was zum essen mit zack und dann ist heute nicht allzu viel passiert aber was soll's ja ich höre dich wo bist du denn man hört ihn aber man sieht ihn nicht jetzt denn nicht normalerweise da oben drauf oder wo ist der der habe die krähe nicht da ok dann bedanke ich mich das reparieren wir auch noch bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen es dann morgen gehabt euch gut und tschüss tschüss